Ihr könnt jetzt endlich eine Gravitrax-Erweiterung gewinnen, nämlich eine brandneue Spirale. Das einzige, was ihr machen müsst, ist eine Gravitrax-Bahn zu bauen. Dabei müsst ihr ein paar Dinge beachten. Ihr dürft maximal 8 Grundplatten verwenden. Diese sollen nicht normal wie sonst, sondern irgendwie besonders angeordnet werden. Alle Grundplatten müssen den Boden berühren. Ihr dürft nur original Gravitrax-Teile und keine 3D-Druckteile verwenden. Sonst seid ihr komplett frei. Ihr könnt flach, hoch oder ganz anders bauen. Also los, baut eure Bahn und ladet sie bis zum 28.07. auf YouTube hoch und schickt sie an die E-Mail-Adresse graviteam.gmx.de Schreibt in die E-Mail außerdem eine Einwilligung, dass ich eure Bahn in einem Livestream auf YouTube zeigen darf. Ich werde entscheiden, welche Bahn die beste ist und demjenigen werde ich kostenlos die Spirale zusenden. Falls ich mich zwischen zwei oder mehreren Bahnen nicht entscheiden kann, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich habe hier eine Bahn gebaut. Was denkt ihr, in welches Ziel geht die Kugel? A, B, C oder D? Schreibt das entweder in die Kommentare oder auch in die E-Mail. Bei weiteren Fragen auch in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß beim Bahnbauen. Alle Regeln seht ihr nochmal in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.